willkommen willkommen zurück willkommen kommen kommen zurück zu einem energy drink willkommen zurück liebe leute zu minocraft und in dieser folge bauen wir sexy schmidt ich habe mich verlegt wir bauen sexy schmidt ganz viel sexy schmidt und deswegen gehen wir hoch und expandieren wir expandieren ganz weit raus ist mir irgendwie noch viel zu klein was ich da bastel und ja ich baue vollkommen merkwürdig und ihr könnt auch gerne sagen wie scheiße ihr mich eigentlich findet wenn ich baue aber ich habe spaß daran so zu bauen tut mir leid vielleicht weh wenn ich das so sage aber es leben es hat einfach kein party aufweist du bist kein porny das macht wie und wo du bist ein mensch und wenn ein anderer mensch sagt du bist scheiße dann heißt das gar nicht niemand kann dir sagen du bist doof niemand kann dir sagen du bist scheiße und niemand hat es recht dich zu beurteilen auf eine negative art und weise wenn jemand was sagt wie sie sollte gut aus oder es freut mich dass du mir entgegenlöchelst oder jeden tag mit dir abzuhängen macht mich froh und glücklich du bist eine inspiration für einen einen menschen wie mich der nicht so inspiriert ist durch andere sachen wenn euch jemand so was sagt könnt ihr zu den menschen sagen hey du ich danke dir ich danke dir du bist kein arsch du bist ein korrekter mensch und ich möchte mit diesem video sagen hashtag ihr macht uns vermisch glücklich hashtag ihr macht mich glücklich spread the word sagt ein menschen das euch glücklich macht der euch wirklich glücklich macht sagt es ihm denn man hört es nicht oft genug sagt sagt einer person ihr habt sie gern umarmt die person habt die person gern und zeigt es der person ich möchte es so wird sagen ich habe euch alle gern ich würde euch am liebsten alle drücken aber es hat alles nur leute die mir beim video spielen spielen zu sehen somit geht das nicht da ihr nicht in meiner nähe seit es tut mir weh in der seele dass es nicht funktioniert aber irgendwann funktioniert es vielleicht auch so ist das groß genug ich bin so voll voll der klotz also macht dies macht dieses wundervolle macht diese wundervolle sache okay und jetzt nur wieder mein kopf ich bin super ich höre manchmal schon getreten und geschlagen und getreten und geschlagen verbrügelt wie wie es wird zu wenig oder mach ich denn eigentlich bin ich völlig behindert Das ist ein Lied. Skippt mit dem Beat. Erstmal das hier wegmachen. Du bie du 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 du. Ich bin diesmal nicht so faul, sondern ich mach's sofort. So. Und das ist so. So. weg hier hier pop top hier da da super kacke irgendwie aber auch gepasst schon kommt von türen wunderbar hier einfach so doof jetzt bin ich wieder faul und mache es wieder schön unordentlich sieht das gut aus so und wir bauen weiter richtig schön und freudig und freudig aber noch genug weitere am bauarbeiten ich weiß meine häuser den scheiß aus ohne ende muss da drüber hoffentlich hat man die maus nicht so stark klicken aber ich schätze mal doch das wieder raus verschwende so gerne meine eisenexte ich habe ja so viel eisen wo ich habe wirklich viel eisen um die kreuzung wenigstens etwas ordentlich aussieht wir sind bis jetzt 3 4 5 6 7 8 das heißt ja ich kann nicht damit trennen wunderbar um ja er ist bei maus Fenster-Tür-Monster-Hangelo da ist so viel Spaß im Leben das hat Spaß verbieten äh nein doch nicht lieber nicht lieber nicht weiste ja ich weiß es ist ja im Keller angefangen scheiß drauf oh es ist schon wieder Nacht das ist ja wieder richtig uncool das ist ja richtig cruel das ist super laut gerade meine Güte oh mein Gott das ist super laut super laut Superlaut Superlaut Super nada 11 Bonnel Superlaut Superl Unaut Superlaut 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 Super İll Superlaut Superlaut ich krieg gerade von Begon acid Poco kann man machen kann man Frauen water mannen dann ein paar Malungen wir haben wir haben sie gemacht ich weiß da kalkhanische was ich rede Ich bin doch nur Aposkneter Ich meine mit Knete nicht Das Zeug, das man braucht Zum Matschen Und komischen Zeug machen Das ist doch eekelhaft So schön pixelig Das stört mich so hart an diesem Glas Die hätten einfach Glas machen können draus Nein, sie machen es super Fucking pixelig Es ist so richtig hässlich Nein Au Ich weine jetzt Wow Charakter, du musst nicht die Tür Knallen Die Tür hat dir nichts getan Sie ist super lieb Aber trotzdem musst du sie nicht rannehmen Mein Charakter steht auf Türen Hashtag Charakter steht auf Türen Was wollte ich gerade machen? Ich wollte Türen machen Ja haha Da reden wir schon Von denen Ja natürlich Natürlich Oh das geht sogar Nice Komm, jetzt probiere ich mal was aus Kann ich die hier Äh, auf dem Zimmer Ja natürlich Wunderbar Und jetzt muss ich nur noch Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott Kommt ihr da rein Oh Oh, das geht Es ist immer so eng Da kommt man nicht rein Mann Ist doch dumm Ist doch dumm Ich will doch da rein Ich muss da rein Wie viel habe ich denn jetzt davon? Okay, das sollte für ein Dach reichen Ich soll mal was essen Bevor ich mich irgendwann durch das Fallschaden umbringe Denn ich bin ein Held Ich könnte das schaffen Ob das aufgeht? Eins Zwei Dann hier Hier Sollte In der Mitte sich treffen Ja, das ist ja komplett Richtig gemacht Ach komm schon Habe ich eigentlich komplett auf der einen Seite angefangen? Bin ich dumm? Habe ich komplett da drüben angefangen? Ne, habe ich nicht Ich bin nicht dumm, Leute Ich bin nicht dumm Ich bin nicht dumm Ich weiß gar nicht, wie weit ich das machen muss Ich glaube noch einmal jetzt, oder? Oder noch einmal dann Ich mach das auch noch hier gleich mal So parallel Oh Gott, aber die Folge ist vorbei Ich danke euch fürs Zuschauen Was mache ich denn? Entschuldigung Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss Bye Bye